so liebe leute ein herzliches willkommen zurück zu pokémon weiß wir sind wieder dabei mit unserem charakter auf der reise durch die eine region wir haben in der letzten folge den orden tatsächlich geholt und jetzt kümmern wir uns hier auf dieser route machen ich auf diese route weiter hier sind wieder einige trainer und ich gucke mal wie mein team aussieht momentan und das gute ob das bisschen aufgebaut ist und das ist nicht gut habe ich nicht nur eine heiltante moment okay die habe ich jetzt nicht als trainer wahrgenommen ich muss mal sollte jetzt ärgerlich gerade dass ich jetzt kein pokémon angeschlagen ist blöd ok wir haben noch mal weiter mit fleck neuen konfession Achso, ja, genau Der Volltreffer muss ja sein Na toll So, damit sie so lange geht's Ja, noch nicht gern Wenn ich jetzt zähle Jetzt gerade so Nee, die IP-Teile hat, okay So Du hast auch einen Sodamark Und das kann auch super sein Und das macht es Kurz, wenn ich mir so funke schon So Oh, das ist der Kaffee nach meinem Geschmack Gut, ich muss eigentlich nur jetzt gerade mal Zum Pokémon Center zurück dringend Weil ich wollte eigentlich mein Team heilen Ich hatte gehofft, dass die junge Dame mich da heilt Aber dem war nicht so Die hat gesagt Nö, äh, nö Ich schade deinem Team ein bisschen noch mehr Moment, wir machen was anderes Quatsch mit Soße Ja, Pokémon Äh Ach, ja Das war jetzt kein Das war jetzt falsch Item Nehmen Oh, ich muss ja Fleck noch mal wieder ein bisschen trainieren Aber das mache ich in der nächsten Arena Beutel Da wird 11 Wenn ihr Evo Serp und Da werden ihr Evo Serp und die Solarmarkt größtenteils bekämpfen So Wir machen mal unser Pokémon wieder fit Das ist mein Schacker Natürlich Der Kaffee so dann kann man jetzt weitermachen auf dieser route hier na da kommen wir jetzt hier gespannt auf der route 5 und warte machen ah hier ist noch ein trainer ok ein dreher und ich bin dran noch ein dreher und du bist dran und 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 so geht das aber nicht junge hochmut steigt also wirkt und 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 reicht und jetzt wird es wahrscheinlich genauso reichen wenn er wahrscheinlich, ich weiß ja auch noch eins hat ja hat er nicht da hat er nichts da hat er nichts mehr entgegenzusetzen so, wir gehen mal wenn ich so ein Pokémon bin, ich bin äh, was haben wir denn das schönes wir machen das so da hast du bestimmt auch noch Pokémon, ne? ja, meine Melodie ich halte die Welt hinaus meine Pokémon sind mal im Kampf voraus äh, Leceba na, jetzt hätte ich Rekorn mal gebrauchen können wenn so der Markt ist, glaube ich, die ganz falsche Variante ein Wasser-Pokémon kann ich nicht gegen ein Elektro-Pokémon packen da muss ich doch wieder wegsehen einfach kurz den Change nein, die sitzt verfolgen nein, ich hab sowas geahnt mir fällt gerade aus, dass ich hier nichts mehr zu trinken hingestellt habe da werde ich jetzt wieder mal aufnehmen bin so, Leceba down hey, er hat da noch eins so, dann lassen wir das doch so direkt noch ein Klinischer hinterher das müsste auch reichen ich setze sehr bewusst auf dieses Krokodil ja, ich zicke dir, welche Techniken meine Pokémon schon gemeistert haben roll um Pokémon Käfer Gift vom Typ Käfer Gift kennen wir ja schon aus der Arena ich verstehe seine Verteidigungswerte, also Eisenabwehr dann, ach, jetzt kommt sie wieder eine Schutzschildattacke ja, jetzt wirkt seine Attacke auch noch, seine Fähigkeit dann machen wir es halt so nochmal drauf oh, vielleicht noch weiter mit 24 ich hoffe, dass ich das jetzt immer mal in den Weg gehe das wäre schön und tschüss, Rollum so es entwickelt sich ich sag ja, meistens ist das Level 24, 25, wo es dann hochgeht ich weiß leider nur noch nicht den Namen der Weiterentwicklung aber wir werden es ja gleich sehen und herzlich willkommen im Team an Fletiamo ja, ihr merkt es richtig da steckt ein T-Armo mit drin das ist bewusst so gewählt, der Name ich find's cooler als Zubat Zubat am Ende, wenn sich das entwickelt oder Zubat ist cool also die Weiterentwicklung auch vor allem in Golbat und eines meiner Lieblings-Pokémon ist X-Bad ach, das ist noch gegen die Kut so jetzt muss ich mal wieder ein bisschen jetzt kann ich mich auch einsetzen Item nehmen dann trainiere ich jetzt nämlich das Flampion so dann trainieren wir das hier gehen wir hier hoch hier sind nämlich noch Trainer hier ist euch noch ein Backpacker ich vermute, dass wir echt in dieser Folge hier nur diese Trainer auf dieser Route machen dann gehen wir in der nächsten Folge in die Stadt ähm siehst du diese riesigen Tasche? ich glaube, was glaubst du wohl, was da drin ist? du kommst mit einem Somniam du kannst ja auch gibt es nehmen jawoll das weiß ich ich kann ich habe keine Ärger die hat sich schon erledigt die junge Dame wir gucken mal gerade wegen dem Superball-Item aber wir haben unser Team ja sowieso da waren wir zu 99% eine Wechsel wird noch geben aber erst spät im Spiel oh, im Modo Zito ja, das habe ich auch schon gekündigt dass wir das wahrscheinlich in der Rinschfahrt 2 ins Team nehmen werden so, da ist jetzt die Scham ein bringt mir aber nichts bringt dir nichts wir sind allgemein sehr viele Trainer und das ist immer gut Training ist nämlich gut Gott, Gott ja, mein Ding ist fein Training ist immer was Feines gerade im Hinblick auf die nächste Arena weil die wird ja auch nicht ohne werden aber wie gesagt alles zu seiner Zeit die Level kriegen wir ja schon hin so, warte mal denn hier unsere Begegnung ist nicht weniger Werk des Schicksals als der Wind in deinem Gesicht oder ein abrupter Sinneswandel ein Membrana hast du du könntest allerdings schon einen Bodentyp drin haben ich bringe es sowieso nicht mit der Wasserattacke anzugreifen deswegen gehe ich auf E-Frisse einfach um sicher zu gehen normalerweise trainiere ich meine Starter-Pokémon immer ein bisschen aber momentan kann ich es einfach schlichtweg nicht gebrauchen also Gras-Mixer Tschüss Bebrana hat cool Ruhe, finde ich ich glaube ja noch 24 Flampern könnte ich auch damit schon in der nächsten Arena gebrauchen wobei mir die weiterentwickelte vom Deutsch jeweils was haben wir hier ein Beleber sehr cool sind da oben noch irgendwelche Trainer ja, da oben ist auch einer oder? ich habe es gerade falsch gesehen ne aber ein Item daher lohnt sich das Zink was war Zink noch mal Verteidigungswert oder ein Lizitierwert Spitzelverteidigung äh 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 ich wollte nur ich habe mal überlegen welches Pokémon geht der auf Spitzelverteidigung geht aber gut da können wir nämlich jetzt hier unten weitermachen ich habe hier unten vielleicht noch ein, zwei Trainer glaube ich oh ein Kleopader haben wir aber schon gesehen Charon hat ja eins lässt du uns mal bitte in Ruhe Dankeschön äh ich habe auch noch nicht zwei Pokémon gleichzeitig das ist das Problem in meinem hohen Gras unterwegs oh lecko mir genau damit wir also noch weiter abfacken drüber aber wir können ja noch mal für die Poker er hat ja eigentlich nichts besser zu als mir gerade auf den Sack zu gehen hey ich will da aus diesem Kampf raus und verliere jetzt alle meine Pokémon also im wilden oh da könnt ihr noch mal meine Fresse alter ernsthaft jetzt naja das habe ich jetzt gerade ein bisschen abgefuckt du kommst du kommst dich jetzt im Kampf raus und verliest deswegen eins seiner Pokémon und eins fass ach so damit das halt wirklich so ist damit das Pokémon wirklich noch da ist können wir gegen so eine Kacken Mülltüte nicht entkommen das nervt mich gerade ach mann jetzt habe ich jetzt so eine Rotzekacke noch zum Pokémon zurück na endlich ich muss im Pokémon Center jetzt zurückrennen Kacken 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 passiert so du haltest unser Pokémon aber ich glaube wir sind schon wieder fast am Folgenende hier aber wie gesagt die machen wir noch die Route da und dann sind wir hier durch ich freute ich freute ich freute so ich muss mal wieder hier durch Straßenkünste sind eine der Attraktionen auf der Route 5. Pokémon-Schlossenkünste haben total drauf. Du hast schon gekämpft. Bist du noch ein Trainer? Ja, du bist auch ein Trainer. Hey Trainer, erlaube mir einen Kunstwerk aus hier zu machen. Oh, ein Simularer. Ja, damit haben wir schon mal Erfahrung gemacht, das Viech ist nicht ohne. Habe ich was? Doch, ich habe was natürlich, ich habe ja einen Zebritz. Gott sei Dank habe ich ja nicht mal ein Pokémon, was ich dagegen setzen kann. Funkenschwung! Und nochmal. Adios! Symbolia! Super! So, dann sind wir wohl am Ende der Route 5 angekommen. Alle Trainer haben sie. Und was haben wir hier? Charon und Camilla? Hier klang! Ah, Zeit anzurufen! Ich bin's! Lass bitte die Zugbrücke herunter. Ich habe hier ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. Ja, danke! Oh, seht mal! Ich müsste drücken den Hals gerade. Oh! 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 Ja! Oh nein! Und das war scheinbar. Wie hab ich's? Oh! 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 Einmal gegen mich sogar gewinnen können. Mit ein bisschen Glück. Aber danach hast du mich eigentlich regelmäßig verloren. Und ihr hört, was diese Schatten hier so sind. Das sind Flut-Pokémon. Es sind Flut-Pokémon. Das heißt, es ist wie bei hohem Gras. Tatsächlich jetzt mittlerweile auch auf Brücken. Wir machen uns jetzt in das Feld Richtung Mario auf. Du stehst noch einen Weg. Was ist denn heute los hier? Oh, herzlich willkommen in Mario City. Aber die Stadt erkunden wir in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder bei Pokémon Vice. Bis dann, ciao.